Hey Gamerinos, ich bin Marc, der B-Mag und der links das BOEG im richtigen Leben. So sieht es aus, wir spielen. Den fragen mich vielleicht schon, warum ist das so ruhig hier? Normalerweise gibt es doch da so schöne Musik wie im Menü. Ja, das ist eben YouTube, oder? Wenn man da jetzt die Musik spielen würde, die nicht mal so scheisse ist, normalerweise bei so FIFA-Spielen, ja, dann gehört ihr gar nichts. Wegen diesem Copyright-Scheisse. Auch dieses Jahr werde ich ein bisschen FIFA spielen. Wir spielen FIFA mit meinem Lieblingsteam. Und das ist natürlich die BSCI-Behörder, die Young Boys. Ich bin ja schliesslich auch Berner. Ich muss aber dazu sagen, Freddy BQ-Weck, der ist in diesem Spiel eh nicht drin. Mal schauen, ob sie etwas reisst. Ja, bis jetzt ein Vorbereitungsbild machen wir sie aus einem Vorbereitungs-Göp. Ähm, ihr habt ihr gesehen hier, die Leute sind auch nicht so richtig fit. Sie sind ja wahrscheinlich noch ein bisschen... Oh, Achtung da! Und unser Manager prüfen wird ihnen Angebot blablabla. Aha. Wir haben in der Anführungs-Ausleihe von Quesi Gebrüge in der Leihmitte, das wird sie ablernen. Wir möchten Abja momentan nicht ausleihen. Ja, der halt. Wir haben hier gute Jungs. Also wir spielen gegen... Was ist das für ein Team? Keine Ahnung, was das für ein Scheiss-Team ist. Wir werden es erleben. Kv Kordryk. Okay. Natürlich, weil es ein Vorbereitungs-Spiel ist, spielen wir jetzt nicht mit den besten Spielern. Zum Beispiel der Foberg, unser Captain. Und der kann doch jetzt einfach mal ein bisschen auf die Ersatzbank kodken. Dafür bringen wir... bringen wir Adams noch rein. Also kommen wir hier... Hallo. So. Dann nehmen wir hier rein, der Adam. Dafür kann der Wilotic, das ist glaube ich momentan eher eine zweite Mannschaft oder so. Ich bin jetzt nicht mehr so... Ich bin wirklich so verdammt drin. Linker Verteidiger... Oh, der sieht auch ganz motiviert aus. Kommen. Kommen wir Rocha raus? Nein, Kommen Benito. Vorher, Kubo. Nehmen wir raus. Dafür... Messia rein. Dann Sanna. Dann nehmen wir auch raus. Dafür nehmen wir Zaccaria rein. Und hier der Sulemani. Das ist wahrscheinlich auch ein wenig im Kränkeln. Dann haben wir noch einen. Ja, der Schick. Der Schick kommen wir rein. Vorher sieht es eigentlich gut aus. Dann nehmen wir noch den Freien rein. So. Sieht gut aus. Ich bin bereit für das Spiel. Let's go. Ich persönlich bin jetzt nicht wirklich so der Super Fifa-Mensch. Schau da. Aber der Pass ist angekommen. Uiuiuiui. Oh shit. Da bin ich verkackt. Komm, komm mal. Hallo? Ich will hier hoch, du blöder Sieg. Jetzt. Wow. Muss man nur jetzt mal... Oh, der hier hinten. Schau. Ja, der will immer mit dem Spiel geben. Komm. Fuck you. Ah, jetzt. Aha. Und auch der hier hinten. Komm. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, komm. Also. Wir spielen gegen ein Team aus Belgien. Cordring. Wow. Und mit dem Spiel endet dann heute auch die Gruppenphase. Ich bin gespannt, was wir sehen werden. Ja, aber jetzt halt mal die Schnurren hier. Das kann ja nicht sein. Wenn man dann auch ein bisschen leisliger ist, sonst hört ihr ja wenig. Verdammt. So ist das. Spieleinstellungen. Da seht ihr, wie wir da wieder Mühe geben. Da sehen wir hier die Zuschauer. Das ist schon gut. Soundeffekte. Kommentar. Komm. Du wirst mal auf zwei. Ja, jetzt. Ja. Also. Let's do this. Also. Let's do this. Aber die sind ja verdammt. Schau. Verdammt. Das ist ja. Ich weiss nicht, ob es euch geht. Aber da kommst du ja vor. Es wäre. Äh. Pfff. Mal alles ein bisschen runter. Schau. 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 Komm. Da. Verdammt. 4. 4. So. Die Zuschauer müssen jetzt auch nicht durchdrehen. So. Ah. Ruhe. Ruhe ist immer gut. So. Ah, das ist gut. Und das ist unsere Chance, kurzen Blick auf die Aufstellung zu werfen. Also. Schauen wir uns mal ihre... Oh, die anderen da durch. Ah, schau. Uh. Oh. Mein Gott. Warte. Warte. Wo geht er da? Ise. Der Wölfli hat ihn nicht gehabt. Komm, komm. Ja, schau da. Schau da. Jetzt kommt der Konter. Oh, er hat ihn noch da. Der Belgier. Komm da. Ah, nichts. Nichts. Rausen. Und da kommt der Konter zum... Uh. Oh, da. Jetzt musst du schauen. Jetzt musst du schauen. Jetzt musst du schauen. Und... Wow. Da kommt das Goal. Wiii. Da kommt der. Schau euch das. Huarou. 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 Und... Der... Wie heisst der Typ? Das war der Zakaria. Schööööön. Hä? Also... Das wo ich momentan im richtigen... erlebe ich ein bisschen falsch. Nämlich Go machen. Was machen sie hier? Schau da. Frei. Frei. Bravo. Der Schick. Schau da. Komm du riesen Michi. Und da kommt er. Ah doch nicht. Oh, die Gelegenheit, sagt er. Keine Ahnung. Schau da. Uh, uh, uh. Hum, hum. Uiuiuiuiui. Okay. Yes, es geht. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Und da kommt... Schau da. Und da kommt er. Super Triple Action da jetzt. Aber jetzt geben wir ihn. Komm da. Yeah. Uuuuh. Uuuuh. Wow, da ist... Die Hose. Oh, das ist neu. Das ist glaube ich jetzt hier neu. Kommt Flachplatz? Oder Flanke? Oder Flanke? Mal schnell schauen. Ich sehe. Ich habe da so einen alten Xbox-Controller. Also komm. Und da kommt er. Schau da. Träumli. Träumli. Komm schiess. Ah, der kommt da vorne. Ah. Aber nicht schlecht gemacht. So. Nur da. So, dass ich hier mit der B-Mannschaft spiele. Ist das doch gut? Oh, 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 oh. Schon wieder. Flanke. Halb hohe Flanke. Okay. Uiuiui. Komm, komm, komm. Ah, schade. Ich muss ein wenig gehen. Kann ich noch? Uiuiui. Schau da, schau da. Ah, komm jetzt. Jetzt musst du aber... Ah, schade. Hatten wir ihn nicht genommen. Komm da. Die Belgier sind nicht so gut, oder? Ja, aber komm jetzt. Oh, jetzt kommt er da. Komm, da drängeln wir weg. Was war das? Oh, weg da raus mit dem Ding. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der hat fast durch. Du, ich bin da gerade ein bisschen... Bedrängnis da. Komm da, komm da, komm, komm, komm. Weg mit dem, hey. Ah, ah. Was braucht das? Nichts. Nichts, das war richtig. Die Brunz. Kopf in die Stutze. Könnt ihr nochmal den Ball nehmen? Oh, ohm. Jetzt gibts ihn Oh, 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 jetzt, 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 ah, Hunter, Counter-Strike ist das, sozusagen, aber jetzt kommt die Flanke, komm jetzt rein, jetzt hol doch da dran, oh, du bist doch ein Riesenhörerhebel, Götzle, Mann, ja, jetzt komm rein, komm rein, komm, gib doch das, ah, Ja, das hätte sein zweiter Treffer sein können, ja, komm, 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 weg, komm, komm, weg, komm, komm, ja, da ist es, da komme ich auch in Fenstermodus, da wackelt bei mir alles, schau, was geht jetzt, dem Ding, wuuuuh, Wuuuuh, da ist die Freude, da wecken, geniessen es, da, hupp, wumm, hä, Gajic, noch nie gehört, okay, so ein Arco-Reiben-Fan bin ich einfach doch nicht, ha, 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 Gajic, Ouaro, 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 Orro, Orro, Er muss, er ist ein Belgier, ein Franzose, ich glaube, er kann singen, das ist er dann, Vorohl, Vorohl, Vorol, Frey, Frey, immer noch Frey, Kom, oh, 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 komm jetzt, Ja! Oh, aber der Frei hat nicht mehr so Energie, oder? Das ist der Pibu! Ja, dann gehen wir in die Pause. Ende Pause. Schauen wir mal. Oh, Frei ist schon fast ein bisschen, oder? Man, nicht mehr. Bringen wir da rein, komm! Für ein... Für ein... Oh, oh, oh! Nehmen wir, beginnt. Klasse Leistung heute, und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Seht ähnlich, er hat sich richtig in die Partie rein gehauen, war für dich heute einer der Besten. Ja, ja. Zweite Hälfte läuft. Ui, was für ein Foul, was für ein Foul! Ja, rot! Ah, gelb! Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Flycam vergeht. Jetzt musst du schauen. Todesmodus. Schau da! Ja, Träumchen! Komm, komm, komm! Und! Ah! Was ist das? Was war das? Das ist der beste Aff... Ui, ui, ui! Jetzt machen wir da 3... 7,40 Stunden. Das kommt zwar noch nicht, aber jetzt habe ich auch ein bisschen... Das kann jetzt in der Weltklasse. Und, und... ...und, den Wolf wird wohl bei den nächsten unterbrechen gehen. Ilkay Gündoar ist zu Manchester City gewechselt. Das ist mir scheisse, gar! Ein toller Transfer! Er bringt ja richtig Qualität! Uuuuh! Und die Aktion! Nein, sie müssen sie wegnehmen. Ja, schau da! Komm, komm, komm! Jetzt, 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 jetzt! Jetzt sind noch 30 Minuten zu absolvieren. ...ist das weisse ...m Bankdorf, hocken wir da. Das geht aber auch fast so aus. Nein, nicht ganz. Nein, jetzt... Komm, komm, komm! Komm, komm! Ja, ist doch gut! Jetzt könnte es gefährlich werden! Ja, auch wenn! Im Moment kommt sie nicht richtig durch! Die Abwehr steht gut! Ja, ist doch gut! Jetzt könnte es gefährlich werden! Niemals! Komm, komm, kämpf! Jetzt machen wir hier die IB-Taktik. Schau, jetzt greift er an. Wo geht er? Komm da, geh da hin, er kämpft! Uuuu! Oh, ich kehre das wieder aus. Oro, wo ist ihr? Da haben wir ausgewechselt. Oro, Oro! Waro? 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 Waro oder Oro? Also sieht man es ganz anders? Ich weiss gar nicht. Ich habe mit ihm nicht viel zu tun. Der ist ja wohl verletzt. Oder ist es nicht? Waro ist nicht verletzt, aber der Gernd ist verletzt. So ist es, oder? Ja, könnt ihr unten her schreiben, ich weiss es nicht. Komm, was war das? Was war das? Jetzt kommt unser Top-Stürmer. Komm doch. Oh, oi, 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 oi. Oioi, oi, oi. Oioi, oi, oi, oi. Eben Viertelstunde ist… Ein weiterer Stürmer kommt in die Partie. Das ist mir scheiße. Ja, ja. Ja, das gibt etwas. Uh. Ui, jetzt kommt er da rein. Ja. Träumchen. Aber nein, schau dir das passen. Schau dir das passen. Ah, du Blöde. Tschüss. Schau dir da. Er ist extrem motiviert. Das ist unser Trainer, glaube ich. Nein, ist es unser Trainer? Ja, es ist unser Trainer. Nein, niemals. Schau dir da. Nichts. Ja, das ist gelaufen. Das haben wir gewonnen. Er spielt jetzt Schreibern. Tolle Flanke. Hier steht der Verteidiger. Gut, er hat den Ball. Und dann haben wir noch einen rein. Der Dingmann nicht mehr. Es geht zu dir rein, oder? Es geht zu dir. Und weg mit dem Sieg. Ich will das Gott sauter noch. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg noch mal ordentlich abweiern. Und er ist völlig zurück. Und ich frag, das war eine Weltklache leicht. Ja, das sehe ich auch so. Was ist das für ein Skistadion, das wir hier sind? Das ist ja überhaupt kein Zwangdorf. Es geht zu dir. Neue Frisur. Gefährliche Flanke. Nein, nein. Nichts. Super. Also bisher hält er hier fantastisch. Allzu lange ist es nicht mehr zu spielen. Und trotzdem. Er hält seinen Kassen weitertausch. Da kommt der Kopfball. Richtig gute Ecke, aber der Abschluss. Der war nix. Ne, da wird er sich ärgern. Die Chance hätte er natürlich ganz anders. Einfach raus mit dem Ding. Tschüss. Und ich bin gewöhnt. Bravo. Oh, wie sie Freude haben hier. Jesus Gott. Wie sie Freude haben. Wir müssen nicht die Spielzusammenfassung schauen. Nein, nein, nein. Weiter. Weiter. Auf den anderen Plätzen. Ja, das ist ja so eine Coup momentan. Ja. Wo halt einfach momentan... So alle die... Weisst du doch auch nicht was machen. Schau da. Ich habe einen Abschlussbericht mit Show geschickt. Also schauen wir mal. Nein, ich habe mich überlegt, ob das vielleicht für mich sein könnte. Ja, das könnte schon. Könnte etwas sein. Ja. 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 Ich bin für mich fit und könnte im Nervenspiel wieder angreifen. Ja, ja, kannst ja mal spielen. Du musst keine Angst haben. Also komm. Es hakt noch mit der Steuerung im Menü im Fall. So, also komm. Also komm. Jetzt haben wir so gut gespielt. Jetzt sind wir hier wieder Teammanagement. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Nein, die zwei brauchen wir nicht. Dann nehmen wir den Frey und den Ding rein. Diese Jungen hier. Wer hätte jetzt wollen? Der hätte mal spielen wollen. Ja, sicher. Du darfst sicher mal spielen. Benito geht raus. Kommt der Habas. Komm, da der Junge. Komm, wir machen den Wölfchen rein. Komm, wir machen den Wölfchen. Komm, Wölfchen. Kubo. Dann nehmen wir den Rawe raus. Dafür nehmen wir den Bertone rein. Macht irgendwie noch Sinn, oder? Es geht zu dir. Das spielt jetzt auch mal mit. Dafür den Rocha raus. Komm. Ja, ja. Und die Jungen nehmen wir noch rein. Den Wüthrich nehmen wir auch noch rein. So ein wenig zum... Ja. Ist gut, oder? Ja, ich bin bereit. Wölfchen im Goal. Gezicherten Schuss und Vollspannschuss. Okay. Hm. Kann ich auch nehmen. Schau da. Seht, wie gut ich bin. Wow! Aha. Wölfchen. Wölfchen. Schau, da geht es ja ab wie nichts. Wölfchen. Mehr Einsatz. Was? Mehr Einsatz. Perfekt ist das. Wieder Go machen. Super. Gegen FC... Oh, Halbfinale. FC Mindicool. Wir sind ja schon noch in der Vorbereitung. Da kann doch nicht alles zu 100% klappen. Aber, wenn du jetzt schon die Short auf so ein Finale hast, dann willst du sie auch nutzen. So werden sie auftreten. Schauen wir doch mal auf die Startformation. Schauen wir mal auf die Formation. Schauen wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ja. Eine eher klassische Anordnung. Ja, das ist es so. Schau da, schau da. Schau da, wie das Gott sauter spürt. Aber gerade... Oh, der Freide. Komm, komm, komm. Oh, der Verpa... Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Ah, komm, komm. Riesenabarsch. Vorher, vorher, vorher. Ja, das ist eine. Das ist eine. Das ist eine, das ist eine. Und, und, und. Oh, komm, ich schiesse noch rein. Go, 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 go. Schau, wie eine Freude hat es. Halbfinale. Ein Klasseabschuss. Er setzt den Ball knapp unter die Latte. Er hat aber auch alles gefasst wollen. Die Pfalz ist der Super. Hier nochmal dieser Zeit. Wow. Er ist neue Führung. Unser Jung da. Komm da, komm da. Ja, traumhaft. Uuuu. Bös. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Hallo? Gitte haben wir die gelbe Karte. Der hat doch keine Ahnung. Der Hurenkackbreider Sogolf. Ja, halt doch die Schnurren, du blöder Scheiss-Kommentator. Ja, schau dir das an. Es geht. Geh schlafen. So. So. Neu kann man jetzt so verschiedene Köps. Hey, hallo? Verschiedene Köps auswählen am Anfang. Ist noch lustig. Ich glaube, der Hurenköp ist nicht dabei. Ja, du bist so ein langsamer Seich. Der erste Ball. Oder werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Nein. Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Uuuu. Unterausgleich. Arschloch. So. Hopp. Beweg dich, du. Komm, komm. Der Keib ist langsam. Der... ... ... ... Der ist langsam. ... ... ... ... ... ... Mach mal etwas. Oh mein Gott. ... ... ... Hallo. Was läuft hier der Hurenwölf? Das ist wie der IB auf höchstem Niveau, oder? Jetzt fah- jetzt geh- 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 hopf in die Sturz! Ja, natürlich ist es Absitz! Wir belegen eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung! Was machen die Jungs?! Eilandtonner! Ja komm, endlich! Mein Gott, der Frey! Richtig los, oder Buschi? Insbesondere, weil er nach hinten, was vorsichtig aus, wenig arbeitet. Aber das ist sein Stil, und wenn er vorne die Dinger macht, dann sind alle zufrieden. Es kommt einem manchmal so vor, als wären Zwillinge von ihm auf die Platte. Er ist einfach überall zufrieden. Schwierig! Er pfeift ab und es gibt abseits! Wenn er da recht hatte... Der Sieg ist nämlich gerade raus! Der kann nichts! Der verdammt scheissfrei! Der kann überhaupt nichts! Das ist der grösste Hapas, den ich je gesehen habe! Der ist echt feiss! Der kann nicht zacken! Blödelö! Der kann nicht sein! Das tut ein krass! Ja, schau da hinten! Schau jetzt! Das gehts! Ich geh jetzt! Schau jetzt! Schau jetzt! asy! Er hat alles mit dem Blöden frei gelegen! Ja, das kann gar nichts! Er leckt mich, das Scheisse! Seht ihr das? schon ist er wieder ausgeglichen das ist für mich schon klar, dass er frei verkauft wird ja gar nichts er kann von mir aus auf Atuzko shooten unsere Verteidigung wieder ein Träumchen komm da, komm da oh 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 ich bin langsam da kann ich rein komm da, komm härter Konter und jetzt kommt er renn renn innen ja das tut aber mehr auf dem Boden du ha ha Suleimani jetzt sieht es schon wieder besser aus hauptfinal da kommt der neue rafael van dervaart ui 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 jetzt jetzt wölfli 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 versuche ich jetzt von Bergen sanogo und und da kommt der bässe wölfli 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 rufli ich müsste ihn vielleicht auch mal aus wechseln oh komm 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 schnau 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 ja oh Aber jetzt müssen wir mal den Ding auswechseln, unser Bier. Hier hat fast kein Ding mehr, dann haben wir den Geirnt rein. Dann haben wir auch raus, wo er das Karte hat, und dann machen wir den Wüterich rein. So. Let's go. Das ist mir so etwas, was egal bei Bayern München. Das interessiert niemand, das ist so wie der FC Basel, das interessiert auch einfach niemand. Schau da, schau da runter. Suleymane wieder. Ja, sicher wird das eine Torchance. Schau da, wie er das heisst, wie er das heisst, schau jetzt. Aber nein, der andere kann es einfach nicht. Aber jetzt, von Bergen. Und hier, Suleymane wieder. Schau, wie der gut ist. Schau, wie er ihn wieder verarscht. Komm, 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 komm. Ah! Suleymane wieder. Ja, die Eiba-Vierer-Stunden hat ihn noch nicht angefangen. Komm, komm. Ja, schau hier, schau hier, schau hier. Komm, komm. Oh, oh, verletzt. Einfach meine Spieler verletzen, du blöder Süch! Du blöder Süch! Die Flanke war alles andere als präzise. Und jetzt haben sie den Ball. Gibt es jetzt die Gelegenheit? Ich will unbedingt noch ein Go machen. Rausen, raus, raus! Ja! Schade! Die drücken wie verrückt! Komm, komm, komm! Jetzt geh ich aus dem Ding raus! Einfach raus! Weg, weg! So, jetzt kann ich endlich meine Auswechslungen vorführen. Was ist das für einer? Oder mütlich! Oh! Das ist der beste Einwurf! Fever! Ist egal! Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe! Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Gut verteidigt hier! Da spielt der Liebermann zum Torwart zurück! Ja! Und den gibt es direkt dem Gegner! Hehehe! Ah! Komm! So! So, der Manni! Komm, komm, komm! Tränen, 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 tränen! Ja! Ja! Ah! Schade! Das hat gewonnen! Und damit haben wir ihr den 1 zu 2 Entstand! Gratulation vor die Oben! Ja! Wie der Freude hat uns im Trainer hier! So, dass er sich das Kini anhängen! Mhhh! Ist das schön! Mhhh! Ja, wie ihr seht! Das ist professionell hier! Das war heute eine überragende Vorstellung von dir! Ganz toll! Ja! Grandios! Du siehst! Wir haben gut gespielt! Wir sind im Finale! Und wenn ihr mehr so grandiosen Videos wollt, sehen könnt ihr oben rechts im richtigen Zeug hin! Oben rechts könnt ihr abonnieren! Das Finale! Das wird natürlich auch noch gespielt vom Vorbereitungsgab! Und wenn ihr sagt, ah nein, so und so muss ich spielen! Dann schreibt ihr das auch! Kommentiert das Zeug über den Markt! Ich wünsche euch viel Spass! Ja! 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 Ja!